Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Brewster's Mountain Lodge, dem freundlichen Familienhotel in Downtown Banff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Hinter mir hört ihr schon die Steam Clock von dem schönen Gastown, da wo wir jetzt gerade stehen. Dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Schmankerl in der Sendung für euch vorbereitet, nämlich ein Schweizer Special. Der Grund ist der 1. August. Das ist nämlich nicht nur ein BC Day, also ein Britisch-Columbia-Day, sondern der Schweizer Bundesfeiertag. Also nicht Nationalfeiertag, sondern das heißt der Bundesfeiertag. Wir haben mehrere Beiträge für euch vorbereitet und der 1. Beitrag ist von der Familie Hyppie aus der Nähe von Revelstoke. Wie seid ihr eigentlich zu diesem schönen Fleck Erde gekommen? Ja, wir haben nach 35 Jahren im selben Beruf eine Veränderung gewonnen, sind viel gereist und haben überall gesucht, nach einem Ort, wo wir hier, wenn wir aus der Schweiz weggehen, leben könnten. Die Kriterien, zuerst haben wir keine Kriterien gehabt, sind einfach schauen gegangen überall. Also als Touristen hierher gekommen? Als Touristen. Und dann haben wir aber beschlossen, wir müssen mal festlegen, was wir überhaupt wollen. Und das erste Kriterium waren die vier Jahreszeiten. So ist die Suche reduziert auf zwei male Streifen auf dem Planeten. Die südlichen waren alle zu weit weg oder die ganz wenig schönen schon zu sehr bevölkert und damit auch teuer natürlich. Und die nördlichen haben wir uns dann konzentriert auf den Westen, weil der europäische Osten kam damals noch nicht in Frage. Und dann haben wir Kanada intensiv bereist. Erst die Ostküste mit Montreal, also Quebec und Ontario. Und dann haben wir aber da festgestellt, dass da die vier Jahreszeiten nicht so sind, wie wir sie wünschen. In meinem Alter will man keine minus 40 Grad mehr im Winter haben. Und dann sind wir nach British Columbia gekommen. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Arrow Lake Tal das Idealste wäre. Sind wieder in die Schweiz zurück, haben wieder unsere Geschäfte gemacht und sind wiedergekommen. Nochmals zehn Wochen investiert mit Helikoptern und mit Wasserflugzeugen, Vierrad und die unmöglichsten und möglichen Orte. Bevor wir dann doch entschieden haben, wir haben richtig gewählt. Und dann sind wir dann zu den Realtors gegangen, zu den Agenten und haben geschaut, ob irgendwas zu kaufen ist. Für unsere Zuschauer ist ja ganz interessant zu wissen. Also jetzt auch für unsere deutschen Zuschauer, die sich vielleicht überlegen auszuwandern nach Nordamerika. Man muss wirklich intensiv seine Hausaufgaben gemacht haben, oder? Also Koffer packen und hier mal rüberfliegen und dann glauben, dass man sich hier niederlegen kann, niedersetzen kann. Das ist eigentlich unmöglich, oder? Also es ist schwierig auf jeden Fall. Ja, mittlerweile sind ja auch die Immigrationsgesetze so kompliziert, dass das schon gar nicht mehr möglich ist. Auch als Tourist würde ich viele Bücher empfehlen. Es gibt sehr gute darüber. Und eines ist von einem unserer Freunde geschrieben, der genauso mit dem Koffer hier rüber kam. Nach 15 Jahren baut er immer noch an seinem Haus. Man hört ja oft auch diese Geschichten, die kommen hier rüber und wollen ein neues Leben anfangen, scheitern, gehen wieder zurück nach Deutschland. Oder in die Schweiz. Also wir haben vor allem diejenigen scheitern sehen, die geglaubt haben, sie können ihre persönlichen Probleme am neuen Ort lösen. Diese Probleme kamen mit und die sind alle gescheitert hier. Also du meinst jetzt, wenn jemand geheiratet hat und er will die Ehe retten, dann wandert er aus? Ja, das gab es. Oder einfach die Probleme oder die Kinder sind weg und dann fängt man ein neues Leben an. Wenn man das nicht richtig plant, hat man keine Chancen. Und auch, um allen eine Warnung zu geben, man muss genug finanzielle Reserven haben. Wir haben auch Leute, die hierher kommen und sagen, ich will ein Stück Land da kaufen und dann nehme ich mir so ein Wohnmobil und setze das mal da hin und so weiter. So geht es ganz sicher nicht. Ich bin viel gereist. In meinem Leben war ich in 127 Ländern. Also kann ich manchmal nur die Flughäfen und die Hilton, aber ich war da. Und da lernt man schon zu unterscheiden. Und wir sind trotzdem noch in vielen Sachen auf die Nase gefallen, wo wir glauben zu wissen, wie es hier geht. Man denkt, man kommt in ein Land, wo Europäer ausgewandert sind. Und trotzdem ist das Denken total anders. Ich nenne es in Kanada das Pionierdenken. Die Leute, die hierher kamen, die mussten überleben. Was morgen passiert, ist völlig egal. Heute muss es klappen. Und das Denken ist immer noch in ganz Kanada vorhanden. Was habt ihr eigentlich genau gemacht, als ihr dann hierher gekommen seid, letztendlich euer Lieblingsgrundstück gefunden habt? Also zuerst mussten wir mal alles aufräumen, weil das ganze drei Jahre leer gestanden hat. Also ihr wart erstmal geschockt wahrscheinlich, oder? Wie war das? War das wie so ein Riesendurcheinander oder mit lauter Sperrmüll überall oder wie? Also der vorherige Besitzer war, um es höflich zu sagen, ein Sammler. Und man hat von ihm gesagt, dass er 100 Kilometer gefahren ist, wenn er wusste, dass er irgendeine alte Maschine, von der er irgendeinen Teil hätte brauchen können. Und daher hat das Grundstück auch so ausgesehen. Und wir haben 17 Wagenladungen Schrott und Abfall hier rausgetragen oder gefahren. 22 Autos standen rum und so weiter. Und wir haben dann das Haus renoviert, das ganze Haus angehoben, weil unten war nur ein sogenanntes Crawling Basement. Das heißt, man konnte gerade stehen, aber sich nicht richtig bewegen. Hier ist ja alles Sand, also musste man ein gutes Fundament haben. Also machten die Leute hier trotzdem einen Betonrahmen erst. Das ist gar nicht überall üblich. Und auf diesem Betonrahmen konnten wir dann weitere solche H-förmigen Steine legen, die man dann mit Beton füllt. Eine sehr rationelle Art zu machen. Dann haben wir das Haus da drauf zurückgesetzt. Und unser Apartment da gemacht. Weil wir mussten ja von Immigration aus mindestens eine Stelle schaffen, also jemanden anstellen. Und die muss familienerhaltend sein. Unsere eigene Beschäftigung nachweisen. Und 350.000 Dollar investieren. Was mit dem Grundstück schon passiert war. Jetzt haben wir deine Frau noch gar nicht erwähnt. Und sie ist auch Schweizerin oder wo kommt sie her? Nein, sie ist gebürtig in Frankfurt geboren, hat aber in Kelkheim gewohnt, immer auf dem Land. Also echte Hessin? Ja, sie kann auch babbeln. Babbeln ist gut. Und sie hat bei allem mitgemacht. Als du gesagt hast, lass uns auswandern, hat sie gesagt, los, ich bin dabei. Oder wie war das? Ja, da hatten wir nie Probleme. Eben durch das viele Reisen. Früher konnte man seine Frau ja zu halben Billardpreisen mitfliegen lassen. Also war das immer sehr praktisch. Bei all diesen Reisen haben wir immer gemeinsam die Sachen angeschaut. Und wir hatten auch eine Regel da. Ich habe die Handelsliteratur und die touristische Literatur angeschaut. Bin zu Handelskammern gegangen. Und meine Frau hat meistens die Sagen und Legenden studiert. Weil da drinnen findet man viel über ein Land. Was für Gäste habt ihr jetzt hier? Also wie viele Zimmer habt ihr und was für ein Typ von Gast kommt hierher normalerweise? Der Abenteurer oder eher der, der da seine Ruhe haben will? Das sind eher die Ruhigen bis jetzt. Weil Revelstoke war bisher immer mehr so ein Durchfahrtsort. Leider nicht die Destinationen wie Jasper und Banff. Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert mit der Entwicklung des Skigebietes hier. Hinter uns der Berg, ne? Ja, was man sieht davon. Der ist leider in Wolken eingehüllt. Und das sind aber meistens Diamond Lines. Also schwarze Abfahrtsspuren und grün, habe ich gehört. Aber für die einfachen Skifahrer ist das eigentlich nicht geeignet, richtig? Zu steil noch? Also hier sind die Klassifikationen vielleicht etwas mehr, etwas breiter. Also ich bin kein perfekter Skifahrer mehr in meinem Auto, aber ich fahre die Schwarzen auch runter. René, ich danke dir vielmals. Also du hast uns wirklich einen super Einblick hier gegeben. Revelstoke ist immer eine Reise wert, wenn man auf der Durchfahrt auch ist. Und also dann werden wir auf jeden Fall das nächste Mal wieder bei dir sein und uns mal anschauen, was immer wieder was Neues gibt. Vielleicht hast du ja dann das nächste Mal ein bisschen was über einen Bärbesuch zu berichten oder ein Kuga, der vorbeikommt. Also wir haben viel Spaß gehabt bei der Familie Hüppi. Wir haben super gegessen. Seine deutsche Frau kann spitzenmäßig kochen und es lohnt sich wirklich dort mal durchzufahren und vielleicht auch sogar ein paar Tage zu bleiben. Absolut lohnenswert. Und wenn man Skifahren gehen will, habt ihr ja mitgekriegt. Also Helikopterskiing ist ja voll angesagt in der Nähe von Revelstoke. Und das Besondere ist, man kann richtig gut abschalten vom Großstadtstress. Also wir haben richtig gut relaxed dort. In Mexico, we look for fairly traded products. We work directly with artisans, non-governmental organizations that empower marginalized groups. Every product is handcrafted. You can make a social responsible purchase and feel good about it. Als nächstes haben wir ein Interview mit dem jungen Regisseur und Produzenten Josias geführt. Schaut mal rein. Ganz interessant. Er ist ein Kanadier, aber kommt aus der Schweiz. Wann bist du nach Kanada gekommen? Also ich war etwa 16 Jahre, als wir nach Kanada ausgewandelt sind. Es war eine tolle Erfahrung für mich, weil ich habe dazu mal überhaupt kein Englisch gesprochen und musste natürlich Englisch lernen und habe mich dann auch gut an der Kultur angepasst. Aber wie man im Film auch sehen kann, war es ziemlich schwierig am Anfang. Also es gab wirklich viele Sachen, die für mich und meinen Vater auch sehr schwierig waren. Zum Beispiel die kulturellen Unterschieden sind eben doch ziemlich stark. Und ich hatte fast wie eine Identitätskrise am Anfang. Und das kommt dann auch im Film vor. Und für meinen Vater war es ziemlich ähnlich. Dein Vater, das müssen wir den Zuschauern auch sagen, der spielt, das ist Hans, Charles, der spielt den Film mit. Genau, ja. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Also es war das zweite Mal, dass ich ihn in einem Film gecastet habe. Aber jetzt im Moment, also das war das erste Mal, dass wir zusammen auch eine Chance hatten, zusammen zu schauspielen. Und das war für mich wirklich eine tolle Erfahrung. Also es war das, er ist sehr natürlich und das kommt sicher auch im Film sehr vor. Also er war wirklich sehr natürlich auch als Schauspieler. Und ich vermute mal, wenn Vater und Sohn mitspielen und der Sohn hat auch mit am Drehbuch geschrieben und Regie geführt und Produktion geführt, da stecken auch sehr viele autobiografische Details wahrscheinlich drin in dieser wahrscheinlich doch fiktiven Vorlage. Aber doch, wie viel von der Familie Chance steckt wirklich im neutralen Territory? Also sicher schießt mein Vater nicht auf Gäste. Er hat natürlich kein Gewehr und schießt nicht auf die Gäste, die da auf die Ranch kommen. Aber es hat sehr viele Sachen, die wahr sind. Also zum Beispiel die kulturellen Unterschiede, die kommen da vor und auch die Traditionen. Mein Vater ist ein sehr traditioneller Mensch. Also er liebt Schwingen. Schwingen ist ja das Swiss Wrestling. Und er spielt auch Alphorn und Schweizerörgeli und jodelt gerne. Sag mal, und du bist ein Weltenbürger. Ich habe gesehen, du hast auch in verschiedenen anderen Ländern gearbeitet. Unter anderem, ganz interessant, als Schauspieler in Japan. Wie kommt man als Schweiz-Kanadier dahin? Also ich glaube, die ganze Auswanderung war sehr positiv für mich, weil irgendwie hat sich die ganze Welt für mich geöffnet. Und ich wollte dann auch viel mehr sehen. Und ich wollte immer nach Japan, weil ich habe in Burns Lake, mein bester Freund in Burns Lake war Japaner. Und das ist sehr eigenartig, weil es gibt dort keine Japaner. Das war der Einzige. Und ich wollte dann immer nach Japan und bin dann nach Japan gegangen, habe dort auch einen Job bekommen, also in zwei TV-Shows. Und war dann auch ein Hochzeitssänger und Sänger. Und habe viele Sachen gemacht, die ich nie, ich dachte nie, dass ich solche Sachen mal machen werde. Ich war jetzt gerade drei Monate in Indien. Und ich will dort auch einen Film drehen, der heißt The Mindreader. Und ich war jetzt auch in Mumbai und habe mich dort mit Produzenten getroffen. Und wir sind im Moment, also es geht jetzt ziemlich vorwärts. Also ich hoffe, dass in einem oder zwei Jahren, dass ich dann auch den Film dort drehen kann. Ein oder zwei Jahre. Man muss als junger Produzent in Kanada offenbar einen langen, langen Atem haben. Ja, muss man. Also es gibt sehr wenig Unterstützung. Und viel natürlich von der ganzen Finanzierung hier mit Neutral Territory war ich. Und mein Kollege, der auch hier das Screenplay geschrieben hat. Aber es ist wirklich nicht leicht. Also es gibt nicht viele Unterstützung. Und ich habe jetzt Gott sei Dank durch diesen Film und auch andere Filme ein bisschen Respekt gewonnen. Und das hilft mir jetzt sehr, weil jetzt kann ich auch mal ein bisschen um Geld fragen. Sie trauen mir jetzt mehr. Und apropos Geld, du willst ja auch was verdienen mit dem Film. Wo können sich unsere Zuschauer in Kanada, aber zum Beispiel auch unsere Zuschauer in Deutschland, wo können sie sich den Film ansehen? Also in der Schweiz haben wir jetzt dann eine Premiere in Luzern im Oktober. Und ich glaube auch, dass jetzt, also das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es gibt sehr wahrscheinlich auch ein paar Festivals in Deutschland. Das sieht gut aus. Und sonst, um den Film zu kaufen, also wir haben eine Website. Und man kann sich dort den Film, man kann sich dort den Film ansehen, kaufen. Und auch auf Amazon.com. Und es gibt auch weitere Internetseiten, wo man das auch kann. Liebe Zuschauer, den Film darf ich leider nicht verlosen, weil den gibt es zu kaufen. Aber Josias hat was mitgebracht für euch. Ja, ich habe da einen Soundtrack, also der ist zweimal nominiert worden am World Music Festival und dann auch at the Treasure Coast Festival in Florida. Schön, danke. Ja, dann kannst du mal halt. Und da haben wir auch ein T-Shirt, das ist das offizielle Neutral Territory T-Shirt. Also liebe Zuschauer, wir werden diese beiden, den Soundtrack und das T-Shirt verlosen. Schreibt uns an, entweder via der Website www.ahond.tv.com oder auf unserer Facebook-Seite. Und unter den Einsendern werden wir diese zwei Dinge verlosen. Abonniert einfach unseren Newsletter auf unserer Website www.ahond.tv und dort könnt ihr dann sehen, wie ihr das T-Shirt und die CD und die beiden Tickets gewinnen könnt. Einsendeschluss ist übrigens der 5. August. Also macht es schnell und schaut rein auf die Website. Bis zum nächsten Mal. Ja, und was gehört natürlich bei den Schweizern dazu, wenn man von der Schweiz redet? Nämlich neben den Bergen, nämlich Jodeln. Und da sind wir mal zum Jodel- und Sänger-Festival gegangen im Chan Center. Wirklich lustig. Und ihr seht, dass nicht nur Schweizer dabei waren, sondern auch Amerikaner und insbesondere Koreaner. Und da sind wir mal zum Jodel- und Sänger-Festival gegangen im Chan-Festival gegangen im Chan-Festival. Hallo, wir sind hier beim 27. Schweizer Jodeln-Fest. Wir haben jetzt ganz strikt. Wir haben auch die Regeln hier. Der Stuhl zum Beispiel darf nicht über die Abgrenzung hier drüberschauen. Das ist anscheinend wegen der Akustik ganz wichtig. Und unser Standbein darf auch nur von hier aus bedient werden. Strickt aber muss eingehalten werden. Das ist anscheinend wegen der Akustik ganz wichtig. Insbesondere in B.C. über 6.000 bis 7.000 Schweizer leben, hier im Gross-Vancouver ein paar Tausend. Natürlich habe ich mich noch nicht alle getroffen, aber ich sehe heute Abend, es sind unheimlich viele hier gekommen, um dieses Fest zu erleben. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen privilegiert, am Canada Place zu arbeiten und auch meine Arbeit zu erledigen, ist ungeheuer schön. Ich habe die Aussicht auf die großen Schiffe, auch die Convention Center und manchmal fällt mir die Arbeit auch ein bisschen schwer schon, weil ich ein bisschen träume von den schönen Bergen und so weiter. Ich bin vor zwei Wochen gekommen und wir fühlen uns sofort zu Hause hier. Ich möchte auf jeden Fall die Grossanlässe dabei sein und auch bei den Kleineren, aber nicht nur in Vancouver, sondern in ganz B.C., Alberta, vielleicht auch Yukon und Northern Territories. Wenn ich so weitermache, dann wird nur noch über die Schweiz gesprochen in Vancouver im nächsten Jahr. Ich hoffe doch schwer. Alles Gute wünsche ich. Vielen Dank! Das war meine erste Teilnahme an diesem Konzert und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die zweite Hälfte hat mir ein bisschen besser gefallen als die erste, aber es ist sehr aufwechslungsreich und natürlich kulturell auch sehr erfrischend und erfreulich und schön zu sehen, wie die vielen Länder miteinander oder die vielen Leute von verschiedenen Orten miteinander singen und präsentieren und uns eine riesige Freude und großen Stolz hier bereiten. Das war meine erste Teilnahme an diesem Konzert und ich bin begeistert. Vielen Dank. Applaus Ja, so ein Jodel-Festival, das findet man nicht alle Tage. Für mich war es das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Jodel- und Singing-Festival zu sehen und dann auch noch von Koreanern gejodelt. Also wirklich interessant. Und eine andere Nachricht in eigener Sache. Unser junger Mitarbeiter Salomon Huber, den ihr auch eben gerade in dem Beitrag gesehen habt, er fliegt leider zurück am 31. Juli. Seine Zeit ist bei uns abgelaufen. Ein Jahr Work-and-Travel-Visa. Er hat eine super Arbeit bei uns geleistet. Er hat nämlich bei uns die ganzen Websites miteinander verlinkt und Social Networking und er ist zu einem Social Networking Spezialisten geworden. Und sein Vater übrigens, Charles Huber, ist der eine Kommissar gewesen, der Assistenzkommissar in der Serie Der Alte. Einigen von euch vielleicht noch bekannt. Ja, hinter mir seht ihr gerade, wie übrigens diese Uhr repariert wird. Das ist eigentlich, das habe ich noch nie gesehen. Das ist schon eine seltene Sache. Aber leider war es das auch schon für dieses Mal. Eine halbe Stunde ist schnell vorbei. Nicht vergessen, heute Abend ist eine Feier zu dem Schweizer Bundesfeiertag am 1. August. Und wir werden es jetzt mal einblenden. Sehr schön. Und hingehen. Wird bestimmt ganz lustig. Da gibt es höchstwahrscheinlich Bier. Hoffe ich doch. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und wir sehen uns nächsten Mal. Und wir sehen uns nächsten Mal.